Hallo, ich mache ein paar TV-Stuff, ein paar Radio-Stuff, und ich habe einen guten Zeit, früh in der Morgen. Doropesh in SWR 1, Leute. Endlich! Was lange wird, wird endlich gut. Ja, genau. Da dachte ich, da würde ich so gerne rein, weil das ist schön, dass man auch was erzählen kann. Wir machen die ganzen Sommerfestivals, ganz weltweit, also in Amerika, Italien, in Deutschland viel, und dann geht es natürlich nach Wacken. Jeden Tag bin ich aufgewacht und ich dachte mir, heute gehe ich rüber und sage Leonard Richard, dass ich wegen ihm Musikerin und Sängerin geworden bin. Und dann habe ich mich aber nicht getraut, ich dachte, ich mache es morgen. Und so bin ich jeden Tag aufgewacht und dann war die Platte irgendwann fertig.